Wie lange braucht eigentlich Minicurf zum Starten? Das habe ich eben gerade mal getestet, nämlich hier auf der GitHub-Seite auf den Link geklickt. Jetzt zählen wir mal die Sekunden oder Minuten, also mal auf die Uhr gucken, wie lange das dauert. Tja, schade, sofort. So schnell kann man leider gar nicht zählen.